Mach es Dir nun einmal ganz bequem auf einem Stuhl oder Sessel. Sitze aufrecht, aber in einer für Dich angenehmen Haltung. Und wenn Du magst, kannst Du jetzt Deine Augen schließen und ein paar Mal tief ein- und ausatmen. Lenke Deine Aufmerksamkeit auf Deine Sitzfläche. Wie und wo hast Du Kontakt auf Deiner Unterlage? Spüre einmal da hinein. Und wenn Du merkst, dass noch Anspannungen da sind oder etwas unbequem sich anfühlt, dann verändere nochmals Deine Haltung, bis Du das Gefühl hast, dass Du gut und bequem und entspannt sitzen kannst. Stell Dir vor, dass Du mit jedem Atemzug Ruhe einatmest und alle Spannungen ausatmest. Mach das jetzt ein paar Mal. Dann atme ein, spanne Deinen ganzen Körper einmal an. Die Hände ballen, Deinen Bauch einziehen, Deine Beine anspannen und Deine Zehenspitzen jetzt ruhig einmal anziehen. Zieh die Schultern ruhig noch ein wenig hoch. Sehr gut. Und dann lass los. Atme tief aus und ein und spüre in Dich hinein. Du wirst sehen, Du wirst sehen, Du hast jetzt ein tieferes Niveau der Entspannung erreicht. Mach das jetzt einige Male. Ausatmen, Körper anspannen, loslassen. Einatmen und wieder in Dich hineinspüren. Ausatmen und noch einmal ausatmen, Körper anspannen. Loslassen, einatmen und spüre nun, wie Du mit jedem Loslassen noch immer mehr Anspannungen gehen lassen kannst. Du fühlst Dich immer leichter, entspannter und freier. Wenn Du nun mit Deiner Aufmerksamkeit einmal in Deine Füße gehst, kannst Du spüren oder in Deiner Wahrnehmung feststellen, wie Du Kontakt zu dem Boden der Erde hast. Fühle dem einen Moment nach und schau, ob sich etwas verändert, indem Du dies einfach einmal beobachtest. Jetzt kannst Du energetische Wurzeln durch Deine Füße in die Erde wachsen lassen und vielleicht kannst Du sehen oder spüren, wie diese nun langsam und mühelos immer tiefer und tiefer in die Erde wachsen, sich vielleicht auch immer breiter ausdehnen und Du so einen richtig guten Halt und Verbundenheit mit Mutter Erde spüren kannst. Und Du kannst Deine starken Wurzeln, die jetzt bis zum Mittelpunkt der Erde gewachsen sind, dort einmal mit der Erdzone verbinden und dort fest verankern. Nun beobachte einmal nur Deinen Atem, wie er kommt und geht. Nur beobachten, nichts verändern. Gut so. Und mit jedem Ausatmen kannst Du jetzt noch ein wenig mehr loslassen und tiefer in die Entspannung sinken. Beim Einatmen denkst Du, ich bin. Und beim Ausatmen denkst Du, Ruhe. Ich bin Ruhe. Mach das jetzt für einen Moment und schau, wie sich die Energie in Dir und um Dich herum verändert. Spüre da einmal hinein. Vielleicht steigt eine Farbe, ein Gefühl oder ein Bild in Dir hoch. Oder Du nimmst etwas anderes wahr. Lass dies jetzt einfach einmal zu und beobachte, was sich verändert. Und wenn Du magst, kannst Du Dein Ich Bin beim Einatmen und Ruhe beim Ausatmen. Während der ganzen Meditation wie Dein eigenes Lied immer wiederholen. In Deinen Gedanken vor Dich hinsingen. Es wird Dir helfen, immer noch mehr und weiter loszulassen, immer tiefer und tiefer in eine wohlige Entspannung zu sinken. Wir gehen in Gedanken jetzt hinaus in die Natur und augenblicklich findest Du Dich auf einer weiten Wiese, an einem Waldrand wieder. Es ist ein heller, freundlicher und lichtdurchfluteter Wald und Du kannst Dich hier ein wenig umsehen. Es ist warm. Die Sonne scheint mit einem angenehmen Licht und verbreitet eine wohlige Wärme. Du lässt Deinen Blick über die weite Wiesenlandschaft schweifen. Genießt das satte Grün des Grases und kannst vielleicht auch die kleinen Blumen, die hier und da blühen, wahrnehmen. Lass Dir einen Moment Zeit und betrachte Deine Landschaft. Wie sehen die Blumen aus? Welche Farben haben sie? Wie kannst Du den feinen Duft wahrnehmen? Vielleicht siehst Du ein paar Schmetterlinge von Blüte zu Blüte flattern. Schau Dich einfach in Ruhe um, denn Du bist Ruhe. Und nimm alles auf Deine eigene Art und Weise wahr. Jetzt entdeckst Du einen kleinen Weg, der am Waldrand entlang führt und gehst langsam ein Stück an ihm entlang. Du kannst den weichen Boden unter Deinen Füßen spüren und es ist ein angenehmes Gefühl, einfach so dahin schlendern zu können. Mit jedem Schritt kannst Du jetzt mehr und mehr loslassen, gehen lassen. Nun nimmst Du ein leises Rauschen wahr. Und Du siehst ein kleines Bächlein, das fröhlich vor sich hin plätschernd am Waldrand entlang fließt. Wenn Du magst, kannst Du dies jetzt eine Weile betrachten und hast mehr und mehr das Gefühl, dass dieses Bächlein Deine vielleicht noch vorhandenen Sorgen oder Anspannungen einfach mit sich nimmt. Du fühlst Dich immer ruhiger und ruhiger und gehst nun noch ein Stückchen weiter den Weg entlang. Dieser Weg führt Dich in einen hellen, lichten und freundlichen Wald hinein. Du fühlst Dich wohl und sicher. Ganz leicht und entspannt gehst Du einer kleinen Waldlichtung entgegen, die Du jetzt entdeckt hast. Schau Dich auch hier wieder eine Weile um und suche Dir dort einen gemütlichen Platz zum Verweilen. Vielleicht findest Du hier eine Bank, einen großen Stein oder einen Holzstamm, der Dich zum Hinsetzen einlädt. Oder Du möchtest es Dir auf dem weichen Moos unter einem schönen Baum gemütlich machen. Lass Dich dort jetzt ein paar Minuten ausruhen. Atme, ich bin ein und ruhe aus und entspanne jetzt noch mehr. Lass Dich einfach treiben und nimm wahr, was sich Dir zeigt. Du atmest die frische, reine, würzige Luft mit dem Duft der Bäume ein und genieße die Ruhe, die sich jetzt noch weiter in Dir ausbreitet. Vielleicht kannst Du das Zwitschern der Vögel in den Baumkronen wahrnehmen oder das feine Geräusch des Windes, der mit den Blättern spielt. Genieße das warme und angenehme Licht der Sonne, die durch die Baumwüpfel scheint und lass Dich noch ein wenig mehr fallen. Kannst Du sonst noch etwas wahrnehmen? Ein Eichhörnchen vielleicht, das sich leicht und beschwingt von Ast zu Ast bewegt. Schau Dir einmal die verschiedenen Grüntöne der Bäume an. Vielleicht färbt sich das Laub auch schon bunt. Betrachte auch die starken Stämme der Bäume. Ist die Rinde glatt oder rau? Was kannst Du sonst noch wahrnehmen? Kannst Du vielleicht auch hier und da die Verwurzelung der Bäume sehen, die so stark wie Du jetzt mit Mutter Erde verbunden sind, die getragen und genährt werden von unserer Mutter Erde. Vielleicht kannst Du auch eine kleine Baumelfe hinter einem Baumstamm sehen, die Verstecken spielt. Eben war sie noch da, jetzt ist sie bereits wieder weg. Wie eine kleine Vater Morgana aus Licht. Was kannst Du noch auf dieser Lichtung wahrnehmen? Genieße diesen Raum der Entspannung und der Ruhe. Ich lasse Dir jetzt eine Weile Zeit, geh in Deine eigene Wahrnehmung, beobachte, was Du wahrnimmst, was sich vielleicht verändert. Lass Dir Zeit, alles ist richtig. Alles ist gut. Genieße die Ruhe, das Wohlgefühl, das sich in Dir und um Dich rum ausbreitet. Vielleicht kannst Du auch einen Duft wahrnehmen, eine Farbe oder ein angenehmes Geräusch. Lass dies jetzt einfach zu und lass Dich treiben. Ich losgie, die Ruhe, das ist wirklich niemals. Das ist wirklich eine Querhасть. Und nun weten, die Ruhe, die� ofんと Muchas sie est�st uh für kauzen, in der Berlin. ich lasse bạn und die Ruhe! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Du hast jetzt mehr und mehr losgelassen, bist entspannt und erfricht, erfüllt von innerem Untertitelung des ZDF, 2020 Und wenn du magst, kannst du jetzt deine Augen öffnen und kommst langsam und in deinem eigenen Rhythmus wieder an, im Hier und Jetzt. Gehe jetzt, geh jetzt entspannt und voll frischer Energie in deinen Alltag, und wenn du deiner Farbe, deinem Duft, deinem Geräusch oder deine eigene Wahrnehmung jetzt in deinem Alltag begegnest, kannst du für eine Minute die Augen schließen, dich gedanklich wieder an deine Waldlichtung begeben, um neue und frische Energie zu tanken.